Das war katastrophal man. Ist das jetzt wirklich nur Flieger gegen Flieger? Ja. Und wo umgeht? Kämpfen um die Lufthorheit, Truppentransporter, bla bla bla, okay. Ich kann nicht fliegen, ne? Vor allem musste ich mir das Fliegen unbedingt einstellen in der Beta. Aber vielleicht kann man das hier auf jeden Fall mal üben, das ist gar nicht so blöd. Ich kann auch hier... Nur mal... Start einfach mal... Aber wieso hat man denn hier auch Ausrüstung? Ja, das ist egal. Du willst danach ein X-Wing aus. Attackiere die feindlichen Truppentransporter, verteidige deine Truppentransporter. Die Seite, die die meisten feindlichen Schiffe zerstört, gewinnt, okay. Holy shit! Holy shit! A-Wing oder X-Wing? X-Wing? Boah, wie das aussieht. Macht euch bereit! Feindliche Jäger im Anflug! Haltet sie von unseren Transportschiffen fern! Oh Gott! Oh Gott! Alter, die Maus ist ja super wubbelig schwammig, warte mal. Einstellungen, Steuerung... Wird zerstört? Okay, viel besser. Was ist auf drei? Irgendwas. Was weiß ich, was ich hier anschießen soll? Einfach alles? Rot erst mal. Wow! Hinter dir! Hinter dir! Oh Gott! Oh Gott! Ist das doch der falsche Knopf? Mal diese Rolle machen. BUM! Lass irgendwas explodieren. Okay, ich hab einen. Ich hab einen Jäger zerstört! Tag! Da ist so ne Tag-Zeit! Da flieg ich jetzt mal hin. Naja, da greift ich grad die Anze an. Wie sieht das aus? Was ist das? Das ist so ein Schiff, das fliegt einfach lang. Es muss zerstört werden. Haben wir! Nice! Ne, doch nicht, der ist entkommen. Wir waren zu langsam. Fuck. Ja, ein Stück ist zu langsam. Au, 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 au. Ich hab nicht irgendwas zerstört. Fuck. Was ist der A-Wing? Was kann der? Ah, der hat die Raketen. Nice. Hier ist so viel Gewusel. Ich weiß immer noch nicht wohin und wo lang. Scheiße, zu früh. Doch nicht, lol. Siehst du, wo der nächste Transporter ist? Äh, ne, grad nicht. Ich mach grad hier Luftfahrt. Ah, das ist ziemlich lustig, muss ich sagen. Ja, schon. Oh, das ist der Millennium. OAH! Das sind auch, glaub ich, irgendwie Dummy-Fighter hier endlich. Naja, KI's sind dabei. Ist ja dann, wenn du einen Namen siehst, dann war's nur richtiger. Aber wenn nur steht Fighter Antecepted, dann war's nur ein billiges Team. Oh, wie der mir aus meinem Scheiß-Ziel rausfährt. Und der General von 70, versuch zu fliehen! Gebt ihm Deckung! Ein Puzzle weniger! Okay. Okay. Ah, das war wieder lustig. Okay, hier müssen wir verteidigen. Warte mal. Jetzt müsste auch irgendwo wieder das andere Ding sein, zum Angreifen. Ich seh's nur nicht. Nein! Ich kann sie nicht... Irgendwie hat der Hero getötet hier, der Gegnerische. Ich bin über ein fett Ding, ey. Oh! Guck mal, wie man diese Wände... ...wenn wir 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 diese Wände... Ich glaub, die haben unser Ding einfach zerstört, ey. Ich hab echt keinen Plan, wo diese Dinger sind zum Angreifen. Nee, nee, made it out, hat er gesagt. Okay. Fuck, viel zu früh! Gott, der... ...der Gegner ist auf dem Boden geraten und ich bin mit der Herr geflogen, ey. Und nicht mehr, dass der dich hochzieht. Leute. Ich weiß echt nicht, wer hier NPC ist und wenn ich... Ich glaub, ich töte fast nur NPCs. Wenn der einen Namen drüber hat, dann ist es ein Spieler. Ist einfach. Ja, aber ich bin hier grad an Boba Fett dran. Boah, der hat ja mega viel Leben, ey. Der Boba Fett hat mega viel Leben. Ja, ja. Ich war gar nicht so schlecht, glaube ich. Da siehst du, ich hab nur Kais getötet. Haha, ein Kill. Aber ist lustig. Noch ne Runde fliegen? Ja, lass uns noch ne Runde fliegen. War zu kurz. Ich will auch mal in so ein Special Flugzeug fliegen. Ich will den Melendor Fall fliegen. Ich weiß gar nicht, wie man das hier kriegt. Ob das Zufall ist oder ob du das irgendwie aufsammeln musst. Aber ich bin Rank 5. Jetzt kann ich mir dann die Waffe freischalten und halt das nächste MG. Ja, ich find das nächste MG auf jeden Fall besser. Weiß nicht, ob's meine Lieblingswaffe wird, aber auf jeden Fall besser als der Start-MG. Das macht einfach nur ein Potato blup 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 blup. Schießt irgendwo hin. Not enough credits für das nächste, so teuer, 1250. Ja, das war gar nicht so günstig, das stimmt. Oh, sieht so schick aus. Okay, jetzt wieder verteidigen und angreifen. Oh, ich kann TIE Fighter spielen. Ich bin mal Abfangjäger. Ich seh dich neben mir, du bist der gelbe Punkt. Alarm! Rebellenjäger nähern sich. Der Schutz unserer Transportschiffe hat Priorität. Schießt so viele Feinde ab, wie ihr könnt. Ah, mit F1, F2 und F3 kann man hier Ausweichung übermachen. Genau. Oh, das ist direkt richtig. Und mit S kannst du ein bisschen langsamer fliegen. Oh. Alter, der zerstört mich. Oh, ich muss hier einfach nur noch ausweichen, weil ich permanent erfasst werde. Ey. Was soll der Shit? Ich komm nicht weg von dem. Mach weiter Druck. Wir haben keine Chance gegen uns. RIP. Der X-Fighter war vieler. Kann man sich auch irgendwo reparieren, wenn man vielleicht durch diese Kreise fliegt da unten? Keine Ahnung. Äh, ich wurde zerschossen. Ich wollte es noch gucken. Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn du durch diese Pfeile fliegst, die unten auf dem Boden liegen, kannst du da repaaren. Aber nicht safe. Und da unten liegt, glaube ich, auch dieses Special-Ding. Er ist halt gerade jemand eingesammelt, scheiße. Der Weltschirm ist abgeschossen. Ich glaube, wir sind ein bisschen über und macht das richtig Laune. Der Gegner verloren hier. Oh, 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 oh. Ich krieg dich. Nein, doch nicht. Jetzt aber. Hab ihn. Wow. Oh, das ist der Millennium Falco. Oh, oh, ich bin direkt hinter ihm. Boah, der hat so viel Leben. Der Millennium Falco. Das ist so unnormal. Okay, ich will hier weg. Der ist krass. Der Millennium Falco, den Christen, nicht was. Ich muss mich mal um diese scheiß Transporter kümmern. Hast du den Transporter gesehen? Ich fliege hier die ganze Zeit nur blind rum. Ich habe gesehen, wo er war, ja. Aber ich bin nicht mehr so gut gekommen. Ich muss unbedingt Repair haben. Warte mal. Da unten. Vorsicht, Raketenerfassung. 50 Prozent gibt es. Nice. Oh, die Rakete war knapp. Oh, Knoppers. Ich hoffe, ich bin ihn los. Oder auch nicht. Fuck, die Rakete. Peril Transporter, Liebchen. Die müssen wir jetzt verteidigen. Ich versuche mal einen TIE-Jäger. Verteidigen, ja. Okay, ich versuche den jetzt einfach mal zu verteidigen. Wenn ich kann. Wir haben gerade verfolgt, aber noch acht Leben, ey. Boah, wie der in die Kurven geht, das ist der Hammer. Die Geräusche, das ist so geil. Nein, ich bin zu tief geflogen. Die greifen über unser Ding gerade ziemlich heftig an. Das ist, glaube ich, auch gleich platt. Die Rebellen haben unsere Transport-Fähren zerstört. Sie versuchen, sich aufs Korn zu nehmen. Jetzt bin ich kaputt, ey. Mein erster Tod. Bin schon ein paar Mal gestorben. Der hat die Melden-Ferken, ist besiegt. Ist der down? Ja. Oh, was, neben mir? Was kommt der denn? Ich sehe aber schon wieder nichts zum Angreifen oder Verteidigen. Nee, ist es doch gerade nicht. Das wechselt immer. Okay, jetzt heißt es nur Jäger. Okay, okay. Geh doch mal sterben. Nein! Er hat mich in den Tod geflogen. Wenn man so läuten, der fliegt und der dann so crashen, das ist halt einfach dein Tod. Nice, ich habe hier mitten, da, hier, hier, Topedo hier, Granate, da, nicht. Schön. Das ist jetzt so ein gelber Punkt, aber das bist du. Achso, wir müssen wieder verteidigen, by the way. Ja. Wo ist ein Verteidigungspunkt? Das ist ziemlich weit hinten noch bei uns. Das ist ziemlich weit hinten noch bei uns. Wieder ein Verräter weniger. Okay, schön. Da sind Leute dran an unserem Ding. Okay, geschafft, nice. Nice. GG, Alter. Flightmaster habe ich bekommen. Raumjägermeister, ich habe auch gemacht. 351, ich bin ganz gut hier drin. Ja, 434, ich bin ein paar Mal mehr abgestülzt. Ich schieße halt einfach, wie sieht die Leute einfach an und hau Raketen drauf und dann sterben die schon. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde es lustig, den Modus. Machtlohne, auf jeden Fall. Es ist, es ist ein bisschen ungewöhnungsbedürftig, aber ja. So.